Moin Moin, du möchtest dich im taktischen Bereich weiterbilden, dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Taktikgrundkurs. Den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, ich bin Malte von Handballhacks und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich als Handballtrainer aufs nächste Level zu bringen. Und heute habe ich dir ein richtig geiles Passkontinuum vorbereitet, wo deine Rückraumspieler richtig viel kreuzen lernen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für dieses Passkontinuum besetzen wir alle drei Rückraumpositionen gleichmäßig. Wenn gleichmäßig nicht ganz aufgeht, dann sind auf Rückraummitte mehr Spieler. Wir haben jetzt hier einen ganz einfachen Auftaktpass einmal zurück, Raum rechts, der wird nur beim ersten Mal gemacht. Pass zurück und dann geht Rückraummitte hier in die Kreuzung für Rückraum links. Gibt den Ball ab. Wir gehen immer dahin, wo der Ball hingespielt wurde, bzw. da wo hingekreuzt wurde. Also Rückraummitte geht nach der Kreuzung für Rückraum links hier auf Rückraum links. Rückraum links bekommt den Ball, geht dann breit hier rein, um für Rückraum rechts zu kreuzen. Ball raus, stellt sich hier auf Rückraum rechts an. Rückraum rechts geht hier relativ breit Richtung Tor. Und geht den Sprungwurf richtig torgefährlich und spielt den Pass zum parallel stoßenden Rückraum links, wo er sich dann auch wieder anstellt. Und Rückraum links spielt jetzt hier zum verlagern Rückraummitte, der die Kreuzung mit Rückraum rechts anzieht. Also der gleiche Ablauf auf der anderen Seite. Kreuzung für Rückraum rechts. Er kommt rum, kriegt den Ball, zieht dann hier auf diese Seite rum. Kreuzung für Rückraum links. Hier den Ball rausgeben. Relativ breit, torgefährlich. Und zum parallel kommenden Rückraum rechts spielen. Und der Ablauf startet wieder neu. Also wir haben immer eine Kreuzung, Rückraummitte für Rückraum links, Rückraum links für Rückraum rechts, Ball rüber und dann Start von der anderen Seite. In Zahlen gesprochen immer 3-2-4 Kreuzung, Ball rüber auf den anderen halben, dann 3-4-2 Kreuzung. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com Mach's gut, ciao!